Mücken werden immer gefährlicher und ihre Stiche können uns ernsthaft krank machen. Genau davor warnen jetzt Fachleute. Demnach könnten sie gefährliche Erreger wie Zika, Dengue oder aber das West-Nil-Virus übertragen. Auch hier spielt der Klimawandel mal wieder eine entscheidende Rolle. Klicks um Nature. Hier gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich Willkommen Der Winter 2019-2020 ist außergewöhnlich mild und die ersten Mücken werden ins Freie gelockt. Die Stechmücken haben in Kellern Brennholzstapeln oder Baumhöhlen überwintert und die ausgehungerten Weibchen geben jetzt alles, um endlich Blut nachzutanken. Doch Fachleute warnen jetzt davor, dass, Zitat, Stechmücken als Krankheitsüberträger zu einem ernsthaften und dauerhaften Problem in Deutschland werden. So zum Beispiel der Fall mit dem West-Nil-Virus, das 1937 erstmals in Uganda entdeckt wurde. Seit Jahren kursieren die Viren bereits südlich der Alpen. In den vergangenen Jahren ist es beispielsweise in Kroatien und Südfrankreich angekommen und auch in den USA ist das Virus mittlerweile verbreitet. Und dass es nach Deutschland kommt, war wohl nur eine Frage der Zeit. Die vergangenen Sommer mit der langanhaltenden Hitze haben wohl ihren Teil dazu beigetragen, dass sich die Erreger so massiv ausbreiten. Laut dem Friedrich-Loeffler-Institut wurden im vergangenen Jahr in Deutschland bereits einige Menschen mit dem West-Nil-Virus infiziert. Dazu der Präsident des Robert-Koch-Instituts im vergangenen Sommer 2019. In den kommenden Sommer müssen wir mit weiteren West-Nil-Virus-Infektionen rechnen. Glücklicherweise verläuft der Großteil der Fälle mild. Die Übeltäter, genau genommen Überträger, sind Stechmücken, die Blut sowohl bei Vögeln als auch bei Wirbeltieren und dem Menschen saugen. So können sie das Virus tatsächlich von einer Spezies auf die andere übertragen. Konkret handelt es sich wohl um die heimischen Stechmücken der Gattung Kulex, die dieses Virus übertragen. Eigentlich handelt es sich um eine Tierseuche, die vor allem Vögel befällt. Bei Menschen kommt es zu Erbrechen, Kopfschmerzen und Fieber. In den meisten Fällen fühlt sie sich also wie eine gewöhnliche Sommergrippe an. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es bei nur einem von 150 Infizierten schwere Komplikationen. Diese können dann auch zum Tod führen. Das Robert-Koch-Institut schreibt, Infektionen bei Menschen verlaufen zu circa 80 Prozent ohne Symptome, bei knapp 20 Prozent mit meist milder und unspezifischer Symptomatik wie Fieber oder Hautausschlag. Nur bei 1 Prozent aller Betroffenen, in der Regel bei Älteren mit Vorerkrankungen, kommt es zu einer Hirnhautentzündung, Meningitis oder seltener zu einer Entzündung des Gehirns Ensephalitis, die tödlich enden kann. Klar ist aber, bisher gibt es weder Impfungen noch Medikamente, die helfen können. Als Schutz gibt es chemische Abwehrmittel oder eben lange Kleidung, die nackte Haut verdeckt. Die meisten Mückenarten, die das Westnil-Virus übertragen, stechen übrigens nicht nur in der Dunkelheit, sondern den ganzen Tag über. Klar ist jedenfalls, zu der ganzen Misere trägt vor allem der Klimawandel bei. Denn durch die globale Erwärmung breiten sich nicht nur invasive Arten immer weiter aus. Ursprünglich tropische Erreger wie das Dengue- oder Zika-Virus könnten also auch Deutschland in naher Zukunft bedrohen. Konkret handelt es sich um tropische Mücken, wie die asiatische Tigermücke oder die asiatische Buschmücke, die bei uns auf dem Vormarsch sind. Hinzu kommt, je wärmer es ist, desto besser gelingt es den Viren, sich in den Mücken zu vermehren. Eine Sache darf dabei allerdings nicht vergessen werden und das ist vor allem Umwelt- und Naturschutz verwenden enorm wichtig. Bei all dem handelt es sich bei Mücken um wichtige Nahrung für andere Insekten, Vögel und Fledermäuse. Sie auszurotten ist also absolut überhaupt keine Lösung. Experiment fehlgeschlagen. Gentechnisch veränderte Mücken verbreiten sich in Brasilien. Anklicken, anschauen und ClixoomNature-Kanal-Mitglied werden am besten. Damit könnt ihr unser Projekt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ab der Stufe Freund bekommt ihr unsere Videos vor allen anderen als exklusiven Link nur für Kanal-Mitglieder vorab. Ich bedanke mich schon mal für euren Support im Voraus, ansonsten bis dann, bleibt dran!